Gibt es nur einen Zeitgeist, also einen Zeitgeist, in der Hinsicht, dass alles durch etwas Insgesamtes, also etwas Gesamtes, sprich ein Thema, bestimmt ist? Oder wir könnten eben auch sagen, was ist das Thema der Welt? Das Thema der Welt, das heißt, alles, was passiert, egal wo in der Welt und wie wir Welt definieren, also als Universum meinetwegen, als Galaxie und alles Mögliche, was es überhaupt so gibt oder was wir eben als Menschen erkennen können, wäre dadurch bestimmt, also eine Thematik, als ob das so wäre, wenn wir das uns in Leitlinien vorstellen, dass dann da die Leitlinie ist, jetzt ist gerade Auseinandersetzung für das und das Thema oder jetzt ist gerade diese Konflikthaftigkeit oder jetzt ist die Expansion, wenn wir so ein anderes Stichwort suchen, also als alles expandiert sich, alles wird weiter, in dem Sinne vielleicht auch glücklicher oder eben unglücklicher oder so ein Thema wie, jetzt ist eine Einschränkung vorhanden, also das Gegenteil von Expansion, Einschränkung, Beschränkung oder das Thema Krieg oder das Thema Naturkatastrophe oder welche Themen auch immer. Es können sehr unterschiedliche Themen sein, die aber so eine Art von Generalleitlinie darstellen und die hat natürlich niemand aufgestellt, kein Mensch und niemand bestimmt das in Menschen schon gar nicht. Wenn, dann sind sie bestimmt durch etwas Größeres, Zusammenhängendes, also durch etwas Wirkendes, das insgesamt wirkt, durchdringend wirkt. Und das könnte man eben oft denken. Das heißt also, wenn wir in unser Leben hineinschauen, in unser persönliches Leben oder in das Leben anderer Menschen oder die Bedingungen, wie Menschen leben, dann könnte man oft geneigt sein zu sagen, oh, das ist durch einen Zeitgeist bestimmt. Das ist eine Epoche, die sich dadurch auszeichnet, dass Pünktchen, 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 was auch immer das ist. Das können wir dann füllen mit den Attributen, die wir erklären oder die wir analysieren oder die wir deuten oder über die wir uns im Klaren werden. Das finde ich immer wieder eine interessante Herausforderung zu sagen, so wenn ich mir das Einzelne angucke, dann sehe ich das einzelne Schicksal mit den einzelnen Nöten, den einzelnen Problemen oder eben auch den einzelnen Freuden, glücklich sein, Erfüllung finden, Liebe finden und all das. Aber wenn wir es dann vergleichen mit anderen Individuen, also über das Persönliche hinausgehend in ein System hinein, egal ob das Familie ist, Freundschaft, ob das Menschen sind, die mit mir in einer gleichen Alterskohorte leben, ob das eine Kultur ist, wie jetzt eine Sprachkultur, Deutsch meinetwegen, Englisch, egal was, wir können immer wieder Gesamtaspekte begreifen oder wir können Gesamtaspekte sehen und uns darüber im Klaren werden, was passiert da jetzt. Ist es das Zeitalter der meinetwegen Völkerwanderung, wenn wir so ein paar historische Dimensionen nehmen, ist es das Zeitalter eines Erlösers, wenn wir jetzt an das Zeitalter von Jesus denken und das sich ausbreitende Christentum, was dann die Folge war? Ist es das Zeitalter der Götterwelten, wo jeder Gemahne wähnte, dass in jedem Baum, der einigermaßen prominent aussah, tatsächlich irgendwelche Götter sitzen oder die alten Griechen ihre Götter hatten oder im Hinduismus Götterwelten waren, die da sind und entsprechend kulturprägend waren? Ist es ein Zeitalter der Entwicklung von Atomkraft im weitesten Sinne, der friedlich Nutzbaren genauso wie der militärisch Nutzbaren, damit der Kernspaltung, also dieses Plutonische an sich? Wenn ich in diesem Zusammenhang immer wieder einen Blick in die Astrologie werfe, die Astrologie als eine esoterische, sagen wir mal ein esoterisches Wissen, also ein sehr altes Wissen, das in unterschiedlichen Kulturen durchaus gelehrt worden ist und wichtig ist, also bis in die heutige Zeit hinein vom Tageshoroskopen oder eben Horoskopen, wo man sagt, was passiert so von der Transitmöglichkeit, der sogenannten Transitmöglichkeit in diesem Jahr? Was entwickelt sich da? Welche Herausforderungen entstehen da positiv wie negativ? Dann wäre ich geneigt zu sagen, ja, die Astrologie kann es ganz gut beschreiben, weil sie eben in ihrer Symbolik, mit ihrer Technik, also mit ihrer Methodik etwas versucht immer wieder zu durchdringen und zu überschauen und Gesamtkomplexe zu sehen, also so eine Art von Überposition einzunehmen, wo man doch Dinge relativieren kann und nicht nur auf sich persönlich bezieht, also auf die persönliche, konkrete Konflikthaftigkeit oder ein Kriegsgeschehen, wie wir das aktuellerweise schrecklich wieder bemerken, wo man sagen kann, ja, das gehört eben in eine Gesamtthematik hinein. Es ist nicht isoliert zu betrachten, also der betreffenden Kriegsparteien, die daran beteiligt sind, sondern es hat eine Gesamtthematik, all das. Also wenn man es lernt oder wenn man es mehr begreift, die Dinge komplexer in Zusammenhängen zu betrachten und zu überschauen geradezu oder ihnen gewissen Grundthemen zuzuordnen, die einfach vom Zeitgeist, sogenannten Zeitgeist her, laufen, dann werden Dinge oft einfacher in der Betrachtungsweise. Dann können wir vielleicht mehr anerkennen, dass es so etwas wie ein Zeitgeist gibt oder ein Thema der Welt oder dass es verschiedene Themen gibt, die immer wieder prominieren, die immer wieder sehr relevant sind und sehr stark sind und am Zuge sind, von dem Allgemeinsten, Globalsten bis hin eben zum Persönlichsten und vielleicht sogar vom Makrokosmos hinein in einen Mikrokosmos. Also alles ist davon geradezu durchdrängt, könnte man sagen, ganz locker sagen. Und dadurch bestimmt. Natürlich ist es interessant, weiter die Frage zu stellen, wodurch ist ein Zeitgeist oder eine Zeitströmung oder eine Zeitqualität, es gibt ja unterschiedliche Ausdrücke dafür, wodurch ist das bestimmt? Ich will jetzt nicht die Frage stellen, wer bestimmt das, sondern warum ist das so? Vielleicht ist es deswegen so, weil die Unmittelbarkeit des Seins immer etwas Gegenwärtiges darstellt, etwas Augenblickliches darstellt. Der Augenblick, der jetzt gerade da ist, ist ja vorhanden. Und im nächsten Augenblick ist es dann schon wieder anders. Aber der Augenblick, der jetzt da ist, der ist ja bestimmt durch diesen, nennen wir ihn tatsächlich Zeitgeist, durch diese Zeitthematiken. Also in dem Sinne etwas Archetypisches, etwas Rudimentäres von der Thematik her, das wir als Menschen tatsächlich enormerweise, finde ich, begriffen haben, zu durchschauen oder zu erklären, meinetwegen jetzt mithilfe einer Astrologie. Also einer Sterndeuterei, weil wir natürlich immer schon uns nicht nur auf uns selber bezogen haben als Menschen oder die Umstände, in denen wir leben, sondern versucht haben, Dinge zu vergleichen, wo man sagt, wenn jetzt dieser Sternstand ist und ich sehe, beobachte den Stern dort am Himmel zu einer bestimmten Zeit oder der Sonnenstand oder der Mondstand, dann sind diese Thematiken jetzt gerade vorhanden. Also dann hat man diese Thematiken bei sich entdeckt und dem unmittelbaren Umfeld, in dem man lebt, also in diesen Kulturen, die jetzt Astrologie meinetwegen entwickelt haben. Und dann kann ich einen Vergleich anstellen. Das ist nichts weiter als das, was eben heute in einer modernen Wissenschaft auch passiert. Ich vergleiche Dinge miteinander, ich differenziere sie, ich messe sie, ich stelle sie in gewisse Bedingungen zueinander und erkläre dann etwas und erhebe daraus eine Deutungsaktivität. Also was ich immer wieder wichtig fand im Leben und auch sehr hilfreich, wenn ich Dinge überschauen konnte und wenn ich Dinge überschauen kann, wenn ich also einigermaßen durchblicke, um was handelt es sich hier im Großen und Ganzen oder was ist das Wichtigste, das ist auch so eine Frage, die sich daran immer anknüpft. Was ist so das Wichtigste oder was ist das Wesentliche? Also aus der vielleicht rein affektiven Reaktion, die wir oft haben als Menschen, das sehen wir jetzt gerade auch im Kriegsgeschehen oder überhaupt auch im persönlichen Geschehen, wenn wir mit jemandem zusammen sind, dann passieren sehr stark Affektladungen oder mehr oder minder stark Affektladungen und dann sind wir mittendrin und sehen gar nicht mehr das Drumherum, wodurch ist das bedingt oder warum ist das so? Ja, mei, weil es gerade schwül ist draußen oder weil es eine gewitterige Stimmung ist, um mal ganz profane Beispiele zu bringen. Also in dem Sinne Zeitgeist oder umfassende Bedingungen, die sehr schnell über das Persönliche hinausgehen, das immer wieder zu war, das Persönliche weist ja immer wieder zu, der ist schuld, der ist schuld, ich bin schuld oder nicht schuld oder ich liebe den oder ich liebe jenen und dann sehen wir den Blick nur auf das jeweilige Objekt oder Individuum oder die Persönlichkeit bezogen. Aber wir sehen nicht das Drumherum oder wir sehen zu wenig das Drumherum, dass es eigentlich eine generelle Bedingung ist, die da ist und die nicht nur von uns oder stets von uns persönlich bestimmt ist, also von unserem Gutsein oder Schlechtsein abhängig ist, was natürlich eine Herausforderung ist, trotzdem die persönliche Verantwortung für alles Mögliche zu übernehmen, aber letztendlich doch eine Gesamtschau ist oder eine Gesamtperspektive ist, die wir nicht außer Acht lassen können. In dem Sinne von Zeitgeist oder in dem Sinne das Thema der Welt oder die Themen der Welt sind ja verschiedene Themen, die vorhanden sind. Und wie gesagt, da fand ich das persönlich immer wieder sehr interessant, in eine ja wirklich machbare Astrologie zu schauen, die längst nicht, also in dem Sinne wortwörtlich meint, der Mars macht jetzt mit dir das und das, der Planet Mars. Das hat überhaupt nichts mit dem Planeten Mars, der so besteht, beispielsweise zu tun. Also nicht in dem Sinne, wie wir den Mars jetzt gerade erforschen durch irgendwelche Raumsonden oder Marsroboter oder dann irgendein Element dort entdecken und Eis und bla bla bla, all die Sachen, die es gibt, damit hat es nichts zu tun, sondern das ist eine reine Analogie, also eine Analogie im Gleichnis dessen, was da insgesamt läuft. Darum geht das eigentlich auch. Also ich habe das in der Psychologie immer wieder erfahren, wo es dieses Fach Persönlichkeitspsychologie gibt, wenn man das jetzt akademisch betrachtet, und das hat mich nie zufrieden gemacht. Das sind also an zusammengeklaubte fragmentarische Dinge, die für sich keinen Sinn ergeben, finde ich persönlich. Aber das Astrologische oder eine Persönlichkeitsastrologie mit einem Geburtshoroskop, allein schon, wenn ich das Geburtshoroskop vor mir habe und Aspekte sehe und auf mich so grafisch wirken lasse, ist das interessant. Und dann kann ich es natürlich dann nochmal insgesamt sehen. Und ich kann Koordinaten eines Menschen daraus machen, ohne ihn festzulegen, sondern gewisse Grundformationen feststellen der Persönlichkeit, die sich tatsächlich so oder auf eine andere Art und Weise entwickeln können, die aber immer wieder etwas Klares sind, etwas Bestimmbares sind, wo es tatsächlich von den Persönlichkeitsaspekten bei den Menschen lang geht, was also wirklich relevant ist. Also ich kann den Wassermann beispielsweise, um das ganz platt zu sagen, nicht zu einem Steinbock machen. Das geht nicht zusammen. Aber das nur mal so, by the way, die Astrologie als eine der Möglichkeiten, und das ist nicht eine verschriebene esoterische Methode, was wissen die Leute schon von dem Begriff Esoterik oft. Und ich scheue mich nicht, diesen Begriff zu nehmen und ihn tatsächlich mit dem zu füllen, was er wert ist. Oder wert ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das jetzt nur mal als eine Möglichkeit, Dinge mehr zu überschauen, also einem Zeitgeist zu folgen oder den Thematiken der Welt zu folgen. Und dann kann man sich vielleicht eher zurücklehnen und sagen, na, guck mal, so ist das, ja, deswegen ist mir klar, dass es so ist. Weil es eben dadurch bestimmt. Es wäre auch immer, was auch immer das bestimmt, warum das auch immer so ist. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass das Dinge sind, die auch jenseits unserer typischen Raum- und Zeitdimensionen sind, in denen wir denken und handeln als Menschen, die wir brauchen, um einen Sinn zu geben oder um etwas zu erfahren. Und dass diese Dimensionen in dem Sinne sehr schnell ausgehebelt sind oder eben auch in Wirklichkeit ganz anders sind und dadurch punktuell von etwas bestimmt sind. Also in dem Sinne von, da wirkt etwas ganz anderes. Also ich denke oft, was wissen wir schon als Menschen? Wir haben zwar tolle Möglichkeiten, die wir haben als Menschen, aber gehen wir dann oft nicht zu einseitig mit Wissen um. Oder maßen wir uns an, etwas wirklich, als wirklich zu bestimmen, was gar nicht so ist in Wirklichkeit, was schon, wenn du einschläfst oder ein Nickerchen machst, also weg ist. Also sobald ich schlafe, das ist ja das Interessante und ganz Konkrete in unserem Leben, also wenn es nur Mittagsschlaf ist oder ein kurzes Einnicken ist, ist mein Bewusstseinszustand ein vollkommen anderer Zustand. Entsteht eine Traumwelt, eine REM-Phase, habe ich das normale Raum und Zeitkontinuum ganz, ganz schnell verlassen. Das ist ja nur eine kleine Kruste dessen an Möglichkeit. Und wir denken oft, ja, so ist es, so ist die Welt. Und ich denke, das sind doch ganz schöne Illusionen, die wir uns oft machen bezüglich des Lebens und bezüglich der Dynamiken, von Wirkungen und der ganzen Phänomene, die entstehen. Das ist sehr wichtig. Insofern laufen wir immer wieder Gefahr, als Menschen in Illusionen hineinzugeraten, ganz starke Illusionen. Und oft stellen sich die Dinge im Nachhinein als Illusionen heraus, weil wir es nicht genau gewusst haben und nicht genau durchschaut haben und nicht bestimmen konnten in der oder jener Hinsicht. Insofern lohnt es sich auch immer wieder, darüber nachzudenken, gibt es nur einen Zeitgeist oder von wenigen Aspekten, aber dafür sehr griffigen Aspekten und Wirkungen oder eben Phänomenen entstehenden Dingen, die wir jetzt auch sprachlich formulieren können und natürlich empfinden können mit unserer Empfindungsmöglichkeit als Mensch. Und dann wäre das so im Nachsatz, dass wir sagen könnten oder wenn wir diese Frage stellen, gibt es nur einen Zeitgeist oder was ist das Thema oder die Themen der Welt und alles andere folgt diesen. Also bis hin zu dem Persönlichsten, das ist ja der Gegenstand deiner Psychologie, von den normalen, die Wissenschaft von den normalen menschlichen Verhaltensweisen, Denkmustern und so weiter oder Psychiatrie oder Psychotherapie. Es ist viel zu klein alles, nicht viel zu, in dem Sinne wirklich übertrieben formuliert, unbedeutend, dass man sagen könnte, mein Gott, das ist nur das individuell bestimmbar, mir ist das zu wenig persönlich. Sondern große Zusammenhänge zu erkennen, Themen zu erkennen, zu begreifen und dann darin zu leben, auch sehr persönlich und individuell zu leben, das ist schon dann die Herausforderung und interessant. Aber es ist doch viel größer, als was wir es oft einschätzen.